Banakamakalai, Nanda und Gelnanda Willkommen zurück zu einer neuen Reaction Heute mit dem Lied Maaangalien Von Eswaran Vom Film Eswaran Was ich eigentlich darüber weiss ist fast nichts. Ich weiss nur, dass der Simbu dabei ist. Er wird das Lied auch selber singen und der Tauman der war auch Musikdirektor bei Varisu glaube ich. Da haben wir auch schon eine Reaction dazu gemacht. Sehr sehr geil Ja und ich bin gespannt was uns erwartet. Ja An dieser Stelle noch ein grosses Dankeschön an Abi, der uns die Empfehlung gegeben hat Ich habe gesehen, in den Kommentaren hat er mir ganz viele Empfehlungen gegeben, wie z.B. auch eine gute Story, da haben wir auch schon eine Reaction gemacht und das Lied Palais N' Deux Palais N' Deux ist das zweit erste Taumanische Lied, das ich je im Leben gehört habe, irgendwie mit 13 oder so aber das war richtig richtig das und dann Danna hat mich so richtig reingepuscht in die tamilische Musikkultur und die sind wirklich wirklich sehr geil aber ich glaube es without any further ado lassen wir uns mal überraschen was diese Szene zu bieten hat mit den Kindern der Symbol zum Symbol haben wir natürlich auch schon einiges reaktet aber ist klar aber es ist mega geil dass es effektiv selber singt das fühle ich ich bin so geil wie die Guys hinten im Background voll den Smile drauf haben so richtig glücklich so richtig so richtig nehm ha ha Wie geil! Für mich ist es sehr erfinderisch, weisst du den Tanzstil? Einige haben natürlich schon gesehen, aber ich sehe immer wieder Neues. Das finde ich so richtig geil. Wie so ein ganz neues Gebiet. So kraftvoll. So kraftvoll. Ist auch so der Weg aufbereitet. Da sieht man schnell wie ein Smile vom Symbol. Er kommt da ohne. So easy ist sie nicht. So fischig, Bro. So fischig, Bro. So kraftvoll. Er ist auch ganz glücklich, aber... Chille. Herziges Compliment. Jetzt muss ich aufmachen. Ich finde die Drumlimmer so geil, die geht immer so ab. So geil! Obwohl kraftvoll, aber trotzdem chillig, der Sound. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wie so oft. Aber ich fand es cool. Es hat mich nicht umgehauen, aber ich fand es geil. Das schon. An dieser Stelle sonst noch einen anderen Niedergeleitung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr Empfehlungen habt, könnt ihr das gerne sagen. Wir nehmen es immer in die Liste rein. Wir können es nicht versprechen, dass wir dazu reagieren. Oder wenn. Aber wir versuchen zu gut zu gehen. Also meine Lieben, tschau tschau!